So, heute sind wir zu Gast im Golfclub Oberstaufen Steibis und es ist der Hannes, heute als Marschall und heute war er auch Starter. Wieviel hast du heute durchgelassen? 60. Und, gab es irgendwelche Schwierigkeiten? Nein, bei uns gibt es nie Schwierigkeiten, wenn man so gute Marschalls hat. Ja genau, die unterwegs sind. Sehr gut. Weshalb sollten auch andere Starplay-Spieler auch hier reinkommen. Was ist das besondere? Was würdest du empfehlen? Ich bin alleine schon von der Landschaft her und von der Gestaltung des Dorfplatzes einmalig. Es ist nicht ganz so schwierig, wie es ausschaut, aber die Grünen und Servais sind Top-Zustand und wir würden uns freuen, wenn alle hier mal unseren Platz besichtigen und spielen würden. Super, finde ich auch. Ich habe es auch heute gespielt. Es war nicht so super gut gespielt, aber ich fand es heftig, interessant. Vor allem auch, man brauchte ein bisschen mehr Bälle als sonst. Ich habe drei Bälle verhaut, aber es lag an mir. Ansonsten, es war doch zügig zu spielen und hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass noch viele, viele andere Starplay-Spieler auch hierher kommen. Also, dann hoffe ich, dass sie bald wiederkommen zu uns. Gerne. Wir müssen noch mit dem Office sprechen, wann die das nächste Turnier anberaumen. Also, ihr seid sicherlich herzlich bei uns willkommen. Super. Vielen, vielen Dank.